Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Beim Einkaufen und den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Pflicht. Treffen Sie sich möglichst im Freien. Bei treffenden Innenräumen lüften Sie regelmäßig durch. Schränken Sie persönliche Begegnungen mit älteren oder chronisch kranken Menschen zu deren Schutz ein. Um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen, nutzen Sie die Corona-Warn-App. Mehr Informationen zu den Expertenempfehlungen auf mdraktuell.de